KAMILA BALANDA KAMILA BALANDA Sie hat den Kampf gewonnen durch Ground and Pound Kamila, hallo Was denkst du über den Kampf? Ich denke, dass ich vielleicht etwas früher gewinnen könnte Aber es war mein zweites Kampf Ich bin sehr glücklich Ich habe gewonnen Das ist alles, was ich hier hier wollte Ich bin sehr glücklich Vielen Dank Herzlichen Dank für mich für gewinnen den Kampf Der zweite Runde war nur auf dem Ground mit dem Ground and Pound Der erste Runde war in der Stand-Up Was war dein Spielplan? Ich bin ein Kickboxer Der Spielplan war, dass ich in Hit und Kick Ich bin sehr glücklich 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 Das ist kein Problem Und Sie gewinnen den Kampf mit Ground and Pound nicht in Stand-Up Nein, ich habe gewonnen mit Schock Mit Schocken von hinterher Ich bin sehr glücklich Ich bin sehr glücklich Ich bin sehr glücklich Ich bin sehr glücklich Ich habe nur genug Ich habe nur gedacht Ich habe gedacht, dass es funktioniert Ich bin sehr glücklich Ich möchte mich an alle meine Trainer die mich vorbereiteten damit ich mache, was ich dort habe Und das ist alles, was ich muss sagen Danke Okay, natürlich Sie gewinnen mit Schocken Ja, wie ich dachte Aber es ist nicht normal für einen Stand-Up-Fighter Sie gewinnen mit Ground Das ist meine Frage Was ist der Plan für die nächsten Zeit für die Zukunft? Ich habe eine andere in Polen Und dann, ich weiß nicht, vielleicht eine Wurzige Wurzige Und das ist alles Okay Und was Sie denken, was Sie Deutschland und den Schaden in Deutschland? Der Event ist toll Der Event ist toll Der Event ist toll Das ist toll Es ist toll Viele Leute sprechen Polnisch Es ist quasi zu Hause Okay Ja Vielen Dank Vielen Dank für diese Worte Wenn Sie wollen Sie können sprechen zu Ihren Freunden Wenn Sie wollen die letzten Worte für Sie? Ich weiß nicht, ob ich Freunden habe, aber ich habe viele Freunde Ich danke Ihnen, dass Sie mich freuen Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank meine künstlerinnen und meine künstlerinnen in Polnisch von der Akademie und meinem früche Das ist alles Ich hoffe, dass es nicht mein letztes gewinnen und ich gewinnen das ist alles Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Schönen Sie See you in your future. See you in your future.